so meine lieben freunde hallöchen popöchen und herzlich willkommen ja beim letzten mal habe ich hier bei den hallen von indurat gespeichert und habe dann folgendes gemerkt das habe ich an der premiere schon erzählt folgendes und zwar wenn du bei den hallen von indurat bist kannst du offiziell nicht mehr zurück deswegen habe ich diesen spielstand geladen den hier und den ganzen scheiß noch mal neu gemacht und habe aber zwischendurch auch offscreen alles raus gehauen das bedeutet ich habe lauf jetzt hier mit 3000 code rum und habe 25 lernpunkte wert aber jetzt zu onas hof gehen nicht zu 100 sondern zum kloster und werde folgendes lernen ich habe nämlich währenddessen wo ich mir gedacht habe okay du grafi hau jetzt mal dingsbums geht jetzt mal direkt weiter spielt zu dem zeitpunkt wo du spielen musst habe ich gemerkt nee habe die rose getroffen ja habe ich hier gefahren hierher gefahren hier hingebracht und ja naja habe so zwei drei kleine sachen gemacht habe aber gemerkt okay ich habe jetzt wieder ein paar lernpunkte habe zwei level ups hin hinbekommen oder war es nur eins ich meine eins schon ein bisschen her als die letzte aufnahme gewesen ist die sache mit xardas turm hat sich erledigt muss ich die ganzen kram noch mal machen ich kann und todeswelle todes hauch monster schrumpfen feuerregen so feuerregen was brauche ich dafür ich glaube feuerregen das habe ich mir annotiert das möchte ich auf jeden fall lernen das habe ich in einem anderen buch die habe ich jetzt aufgeräumt ich würde mir jetzt die rune erstellen hat natürlich 20 lernpunkte gefressen das ist natürlich hart aber dafür können wir jetzt feuerregen damit können wir ordentlich abgehen so greif ist noch sechs feuerregen ruhe hergestellt auch geil 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 wir haben eine der mächtigsten zauber gelernt feuerwahl ist die nummer sechs die nummer vier das ist gut und das ist auch gut schrei der toten was die nummer sechs die nummer sieben und die nummer acht ist zum teleportieren okay gut warte mal was frisst der denn mana kosten 150 wir haben 195 wir können einmal feuerregen machen das ist gut jetzt möchte ich zu onas hof das werdet ihr auch wissen der montumburg kloster großbauer ne schrei der toten würde ich ganz gerne auf der acht haben gut wie gesagt die krypta die wird natürlich ist natürlich auch eine schöne quest die möchte ich euch nicht vorenthalten dann werde ich halt gucken was da alles noch so läuft habe ich jetzt nie die krypta ist das nicht das ist die krypta weiter hinten jetzt noch und suchen da ja ja du hast wieder was zu meckern ja ja dein meister natürlich wird der das was haben wir denn hier das frisst auch ziemlich viel ich kann insgesamt zwei davon erstellen heiliges geschoss macht natürlich auch massiv schaden also da ist so ein suchender to hit das ist die krypta habe ich die schon aufgemacht nein hier gibt es einen schalter und hier gibt es einen schalter ist natürlich immer gut in einen grabstein einzusteigen ich will aber vorne mal abspeichern gibt es hier irgendwas interessantes nein hier liegt noch eine steintafel hier gehe ich mal langsam voran schwert fackel alter brief ähm wo haben wir es denn was steht denn hier lieferung wichtiger hinweis wichtiger hinweis grüne novize luis hammer luis doppelt rezept notiz nachricht ne auf der blut fliegen eine nachricht allen von irdorath geist des weines ja da habe ich auch noch was hinbekommen unser alter brief mit zittriger schrift geschrieben ich habe versagt meine bemühungen in hubis auf dem fad der rechtschaffenen zurückzubringen waren vergebens erst dachte ich ich sei tot doch es steckt noch kraft in den alten knochen ivans in hubis ist wieder auferstanden von den toten verbannt vom alten orden der paladine sind er noch nach rache für seinen fluch viele seiner anhänger sind ihm gefolgt ich weiß nicht wie es passieren konnte dass ein feldherr wie inubis so dem bösen verfällt in dieser krypte habe ich sein grab gefunden doch ob ich jeweils einen menschen davon berichten kann ist nicht gewiss darum schreibe ich diese zeilen in der hoffnung dass sie gefunden werden seid gewarnt ein mächtiger feind streckt seine klauen nach den seelen der rechtschaffenen in hubis wird nicht der letzte sein möge in aus euren seelen beschützen ivan das bedeutet hier gibt es richtig übel hier geht es richtig übel zu die frage ist kryptowächter hier gibt es einige kryptowächter das heilige geschoss was frisst das denn das frisst 60 mana habe ich noch so viel nein warum habe ich nicht so viel normalerweise müsste das kein problem sein 60 so die kryptowächter sind alle relativ easy sobald wir aber eines von diesen tun halt die haben jetzt die schlüssel für die truhen das ist an sich auch noch überhaupt soweit ich weiß kein problem sobald wir aber so eine von diesen truhen öffnen geht es halt rund und natürlich klingelt jetzt das telefon grüße ich halte ich halte ich kurz ich kann nicht lange ja was gibt's denn ne weiß ich nicht warum warum fragst du mich das ja keine ahnung weiß ich nicht ich kann dir keine antwort geben ich finde das dämlich minderwertigkeitskomplexe ich mein kennst du ja diese ganzen image veganer die sind ja genauso werden wütend wenn sie halt niemanden auf die birne binden können dass sie veganer sind und so machen das andere leute mit anabolika mir auch ich bin gerade eine aufnahme deswegen kann ich gerade eigentlich nicht lange aber gibt's irgendwas wichtiges alles klar jo hau rein so entschuldigt diesbezüglich jo wir kriegen jetzt überall diese schlüssel kronstöcke kronstöcke hier gibt's ein kronstöcke supi und natürlich noch tafeln hoffentlich man aber das ist nämlich das was wir richtig brauchen können so ich speichere mal ab feuerregen so feuerregen einmal gemacht und ruhe im karton hier kommt nämlich jetzt alles wieder raus das machen die jetzt mit jedem immer wenn wir deswegen ist es eigentlich ganz cool schnell hier raus zu gehen genau und speichern nicht vergessen so was haben wir denn hier für Sachen bekommen steintafel der magie magie 3 oh geil und ich hab ein kronstöcke bekommen ey wir können unser mana nochmal richtig pushen dann wisst ihr jetzt warum ich feuerregen gemacht hab ich glaub bei mir alle drohen plündern so jetzt geh ich hier raus dann müssten die eigentlich antanzen ja feuerregen ah feuerregen ist mächtig wirklich feuerregen ist richtig geil da ist nichts zu holen ich weiß das habe ich schon öfters gesagt aber guckt es euch an diese rune ist einfach super wir müssen natürlich aufpassen weil die rune ja ich habe auch noch ganz viele tränke gekauft deswegen bin ich so low mit gold ich hatte nachdem ich halt alles nochmal neu gemacht hatte habe ich ganz viel zeug gesammelt und hatte dann knapp 6000 kohle da ist nichts zu holen es kommt auch gleich irgendwann diese anubis an deswegen werde ich hier nochmal so wir haben auch ziemlich viel bekommen die tränen in aus magien des feuers verleiht dieser trank ungeahnte kräfte jeder andere wird den tod finden ich weiß nicht ob das ich speichere einfach mal ab und guck mal ob dieser trank irgendwas bewirkt stärke plus 5 geschicklichkeit plus 5 und geil vollständig geheilt 119 schaffen es immer noch nicht rubin klinge ja wir haben ziemlich viel gesammelt auch magischer boden ich war noch mal im addon und habe ordentlich und habe ordentlich gefeiert ja wie du siehst hier die krypta ist richtig verflucht da gab es nochmal richtig respawn da ist nichts zu holen also hier alles volle skelette und da habe ich mir gedacht das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten Schattenlord Anubis der gibt natürlich auch ordentlich nochmal Geld also es war durchaus richtig gut dass wir hier drin gewesen sind das ist super dass ich mich dazu nochmal umentschieden hatte was anderes zu machen nichts zu holen gut ich habe alles was ich brauche perfekt wir haben die Gefahr gebannt da ist nichts zu holen nichts zu holen nichts zu plündern gut ja super freue ich mich ansonsten gibt es hier nichts mehr nö außer Skelette ist eigentlich cool gemacht so wenn man es nicht weiß bleibt einem das versehen ähm jetzt will ich aber nochmal ins Kloster aber vorher möchte ich mir natürlich noch alles reinziehen hier Magie plus 4 Magie plus 6 Magie plus 6 oh geil Xardas Kloster ist die Nummer 7 so wir rennen jetzt eine Zeit lang herum der wirkt nämlich wie ähm wie ein Trank der Geschwindigkeit für ein paar Minuten so die Frage ist jetzt haben wir noch genug Lernpunkte wie viele Lernpunkte habe ich denn? 15 weil so ein Dämon beschwören macht natürlich auch Sinn ne Elixier des Geistes ähm bäm 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 Waldbeere Heilkraut Heilwurzel Feuernessel Feuerwurzel von denen habe ich noch alles genug aber kann ich Trank der Geschwindigkeit braun? Nein die Frage ist macht es Sinn dass ich mir das vielleicht lehre? Weißt du was ich meine? Es wäre vielleicht gar nicht mal schlecht wenn ich mich nämlich nochmal eindecken würde Jorgen die sind halt schon alle unterwegs ich habe auch zwischendurch nochmal den ein oder anderen neuen Rekruten getroffen und habe so viel die Sache mit deinem das willst du nicht wissen na schön so und jetzt nicht gut das meiste kennen wir ja schon von dem vorherigen Part so jetzt gehe ich nochmal schlafen mhm so ähm bäm 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 lass mich mal kurz wie meine oh 216 ist natürlich saugeil und kannst du mir noch irgendwas beibringen? ne ne achso genau ich mach es anders ich gehe in die Stadt und versuche mir irgendwie obwohl mal gucken ob der Neoras mir was beibringen kann weil Trank der Geschwindigkeit ist sehr geil ich glaube es ist natürlich doof dass ich das jetzt erst ähm lerne hey du ich habe dein Dracheneigebräu ausprobiert das Zeug ist gut sehr interessant ich muss unbedingt meine Forschung daran fortsetzen kannst du mir noch mehr davon machen? besser ist besser ist wir beide versuchen das Ganze in ein paar Wochen nochmal sonst wachsen dir möglicherweise noch Hörner ähm kann ich kann ich ja Elixier des Lebens ist zwar ganz nett aber brauche ich nicht Extrakt Mana Trank der Geschwindigkeit brauche mir in Ordnung ja hier gut ja komm das muss ich nicht lernen das soll er mir machen so ich mache das jetzt so lange bis ich nicht mehr kann ich habe von dem Zeug nämlich viel zu viel in Ordnung ja gut so was hat er denn sonst noch ähm 19 Snapperkraut wie viel habe ich denn von den Snapperkrauts noch weil ich brauche nämlich nur Feldnötrich Snapperkraut hey du naja brauche mir einen Drang der Geschwindigkeit hier hast du die Zutaten jo passt so das mache ich natürlich nur um den Party in die Länge zu ziehen nee ich bin richtig ich muss ganz ehrlich sagen ich bin richtig fickerig auf die Halle von Erdorath in Ordnung wir fehlen die nötigen zu Mist okay das war's war aber cool mein 32 von diesen Tränken ist nicht schlecht ähm wir haben alles wir haben noch 15 Lernpunkte die Frage ist in was stecke ich die könnte ich natürlich noch in Mana stecken aber dafür hätte ich mir mal Mana sparen sollen mhm könnte natürlich gucken ob die mir uns uns noch die ein oder andere Rune beibringen können unter Eiswelle ist natürlich geil ne Blitzschlag Kugelblitz ne das brauche ich eigentlich nicht wo so ein Blitzzauber ja auch ganz nice wäre aber ich würde lieber gerne noch was Armee der finsterne Sau wäre schon geil oder Dämon beschwören Dämon beschwören habe ich ich habe sogar unterwegs schon ein Golemherz gefunden ein Golem erwecken ein Golem ist nicht so stark aber mir fehlen 5 Lernpunkte mir fehlen 5 Lernpunkte Mist ähm wir sind aber bald fertig die Frage ist kann ich irgendwo noch genug Lernpunkte bekommen um ein Level abzukriegen das wäre natürlich nice Miental Großbauer Korines Dämon Turm Burg Taverne Hafenstadt ok 7 so ähm hm 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 eigentlich habe ich alles gemacht eigentlich habe ich alles gemacht habe ich mit dem Fischer schon gesprochen ja gut dann muss es halt ohne Dämon klappen dann ist das halt so kann man da nichts machen ja mit dem Feuerregen ist natürlich habe ich mit dir schon ja alles soweit fertig gut dann geht es los in die Hallen von Irdurat ich werde aber vorher noch mal speichern im Fall dass mir zwischendurch noch mal einfällt ob ich irgendwas vergesse aber soweit ich weiß ist alles gut ich habe auch noch so viele Leute wie möglich gefragt hier sind noch ein paar dazugekommen 1 1 das kennen wir ja schon was passiert wenn ich an Bord gehe du würdest du würdest ein Magier des Feuers angreifen ich werde jetzt an Bord gehen schließt der Tag meine Befehle auch ein zum letzten Mal ich gehe auf das Schiff gut dann müssen wir den Arsch da noch mitnehmen das kann das kann das Erz im Minental die eigene Entweder du schließt dich mir an das ist richtig und wenn damit kann ich gut und los geht's so alter Mann lass uns das passt stimmt wenn du passt so jetzt will ich aber alles noch mal in Ruhe angucken habe ich ja beim letzten Mal schon gemacht ist eigentlich ganz gut dass ich jetzt hier Lederbeutel ja keine Ahnung was ich da sonst noch so alles machen kann hier gibt es glaube ich nicht viel das wäre natürlich ganz geil wenn ich das hätte vorher gemacht mich so ein bisschen auf das Schiff schleichen aber passt schon Trank Lederbeutel Trank noch ein Trank Ring Lederbeutel Molred Fett Trank und sonst gibt es hier nichts mehr ne so Stärketrank das weiß ich Lose Hammer Doppelter Hammer sieht gefährlich aus ja ich habe mir noch mal ein paar von diesen Teilen geholt also wir sind jetzt super ausgerüstet 15 Lernpunkte im Fall dass zwischendurch noch mal was los ist das wäre ganz cool ansonsten ja wir können ablegen gibt es hier noch irgendwas interessantes äh ja gibt es ne hier ist die Mannschaft ansonsten gibt es hier soweit ich weiß nichts gut hier hinten gibt es auch nichts war mir bei der wie gesagt seit der letzten Aufnahme sind ein paar Tage vergangen von daher bin ich mir echt nicht so sicher das hat seinen Grund warum der Abstand hält schwierig bedeutet dass ich es nicht schaffe weil ich nur 60 obwohl 65 geschick könnte hinkommen ja schwierig ich glaube schwierig geht nur ab links bums ab ähm na wie heißt ab 70 wenn wir die Sachen na ja na ja die meisten habe ich schon abgezogen gut eigentlich suche ich den Vatras der müsste doch auch hier irgendwo in der Nähe sein hat der vielleicht unten ja das kann sein dass er seine Kajüte entweder hier hat oder auf der anderen Seite Milden und Lester die lasse ich mal in Rue die machen das schon ja hier anstatt hier runter muss ich hier lang hier gibt es nämlich auch noch was Spruchrolle 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 ansonsten gibt es hier nix ne hey du ich habe hier super dank geschickt gut wir sind gerüstet und ab geht's in die Hallen von Eodorat muss mal gucken wie lange wir jetzt schon am rumeiern sind weil würde ich nämlich sagen machen wir das dann beim nächsten Mal weil irgendwann muss ja auch mal gut sein sobald wir die Treppe belegen so klappt's ne klappt nicht schade muss mal gucken ob ich das irgendwo reinschneiden kann so speichern wir sehen uns dann beim nächsten Part haut rein ciao ciao ciao